Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny Pokémon Video von mir. Ich habe ein Shiny Regi-Eis nach 533 Softresets. Ich hätte es fast nicht bemerkt. Das Ding sieht nahezu identisch mit dem regulären Regi-Eis aus. Sorry, aber Game Freak, was habt ihr da gemacht? Überarbeitet dieses Shiny bitte. Weil ich habe es fast nicht gesehen. Warum bin ich hier mit Shiny oder Quasu? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt erstmal einen Quick Ball schmeiße und vielleicht mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. War ja logisch, ne? Oh, ich will rutschen. So. Dann werde ich mich jetzt wohl mal beschädigen. Mit Extreme Speed. Mega-Rei-Quasa. Habe ich sowieso noch nie gezeigt. Jetzt kann ich das auch mal zeigen, mein Shiny Mega-Rei-Quasa. Rei-Quasa aktiviert. Delta-Stream. Extreme Speed, hallo. Wow. Wenn der gekretet hätte, hätte ich wetten können, dass der gilt. Das ist ein bisschen riskant, mir sie zu geben. Okay. Ich gehe mal auf den Roto-Catch. Weil ich nicht will, dass das allzu lange geht. Nehme-Arm, hallo. Ist mir eigentlich egal, Bruder. Jetzt werfe ich mal einen... Dive Ball, würde ich sagen. Passt farblich immer noch am besten dazu. Vielleicht wird das Ding auch relativ quick gefangen. Zwei. Triss. Elendiger Sohn. Das Ding nenne ich jetzt Regi Sohn. Regi Elendiger Sohn, wohlbemerkt. Da kommt der Nächste. Dive Ball. Bruder, bleib drin. Mehr will ich gar nicht. Oh. Jetzt könnte ich die Nummer wieder los, ne? Haut einfach ein Eisbeam raus, mein Gott. Just Ray quasi. Just Ray, Bruder. Du musst leider los. Nächstes Pokémon nehmen wir als nächstes Absol. Der Junge tankt immer noch sehr gut, weil er eben Level 100 ist. Und ich gehe auf Fold Swipe. Boots. Ja, das reicht jetzt aber. So. Jetzt aber. Komm schon. Machen wir das nicht allzu lang. Wir machen Critical Captures. Das geht von mir aus auch. Eins. Zwei. Drei. Jawohl. Oh, Roto Catch ist so eine Begreicherung für solche shiny Pokémon, ne? Ohne Scheiß. Das müsste jetzt auf jeden Fall shiny sein. Sei nicht, ich bin dumm. Rege Eis möchte ich keinen Spitznamen geben. Ist das jetzt überhaupt wirklich shiny? Ich stelle mir immer noch die Frage. Ich speichere mal nicht. Bis ich weiß, ob das ein shiny ist. Ich habe zwar aufblinken sie, aber bin ich dumm. Das ist ein shiny Rege Eis. Okay, gut. Wäre peinlich. Aber ich würde es hochladen, das Video dann. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann könnt ihr dann immer ein Shine No erleben. Ein shiny, was zwar in euren Augen shiny ist, aber eigentlich nicht shiny ist. So ist es richtig. Packen wir das sterbende shiny Rege Eis mal nach vorne. Verlassen den Ort. Genau. Und dann fliegen wir an der Stelle, wo wir mal kurz das shiny Rege Eis auswerfen, damit wir das Regi-Trio an sich beendet. Fällt nur noch Regi-Gas. Fällt nur noch der Rege aller Regis. Wenn ich mal nicht so rutschen würde, Bruder. Deswegen mache ich das nie mehr auf einer geraden Fläche. Nie mehr. Verrutscht mir zu sehr. Aber shiny Rege Eis. Besser geht's nicht. Ja, das ist eher ein Rutschfest. Aktuell. Kann ich aber nicht... Can't do much about that. Straight up erster Encounter. Es ist ein reguläres Pelipper und ein sterbendes shiny Regi-Eis. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.